Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um dieses kleine Gerät hier. Und zwar ist es ja der Unify Cloud Key Generation 2 Plus. Ein immer noch toller Name. Und in diesem Video geht es nicht eher um den Controller selber und den Unify Controller, sondern es geht vielmehr um Unify Protect, was halt hier mit der Plus-Variante ebenfalls funktioniert und dort drauf installiert ist. Aber worin geht es denn im Detail? Also im Detail geht es darum, dass wir in diesem Video hier diese kleine Kamera nämlich einrichten. Das ist nämlich die Unify G3 Flex und diese richten wir zusammen ein in dem Unify Cloud Key. Los geht es nach dem Intro. Die Unify G3 Flex, das ist eine tolle, sehr kleine Kamera und ich muss sagen, ich bin ganz schön begeistert. Ich habe vorhin noch mit dem Dominik vom Kanal iDomics telefoniert, der ebenfalls diese kleine Kamera testet. Und der sagte genau das Gleiche. Also die ist echt für den Preis, ist das eine wirklich gute Kamera. Und ja, aber was ist jetzt eigentlich dabei? Also diese kleine Kamera, die kommt halt ohne Zubehör, beziehungsweise vom Zubehör ist nicht so viel dabei. Was nämlich dabei ist, ist ein Kabelbinder, es sind Schrauben dabei für die Montage, eine Wandhalterung, beziehungsweise ein Tisch oder eine Deckenhalterung. Also die kannst du sowohl als auch benutzen. Die Kamera selber hat nur hinten einen Netzwerkanschluss dran und mithilfe des Netzwerkanschlusses kannst du dann die Kamera nicht nur in dein Netzwerk integrieren, denn WLAN hat sie nicht, sondern du kannst auch die Kamera mit PoE oder muss es sogar mit Kamera mit PoE, also Power over Ethernet, mit dem Strom versorgen. Das heißt, einen zusätzlichen PoE-Adapter oder aber auch zum Beispiel von Unify ebenfalls ja zu bekommen, ist ja ein Switch, der halt einen PoE-Adapter schon drin hat, also einen PoE-Switch. Dann kannst du diese Kamera aber perfekt an allen möglichen Standorten installieren, denn sie ist super klein. Ich habe diese Kamera bei mir im Gartenhaus an der Decke befestigt. Das heißt, ich habe ein kleines Loch in die Decke gebohrt, von oben halt das Netzwerkkabel einmal durchgefädelt und dann halt diese Halterung festgeschraubt. Dann die Kamera einfach nur noch mit dem Stromkabel verbunden und schon einmal eingeklickt, sodass man dann halt auch entsprechendes Bild hat von der Kamera. Das habe ich im Vorfeld schon gemacht und entsprechend können wir jetzt halt direkt damit starten und das Unify Protect einrichten. Und zwar das ja hier mit diesem kleinen Gerät. Das heißt, ich nehme dich ganz kurz mit, wie das initiale Setup läuft. Das sind nämlich nur fünf Schritte, die wir da durchgehen und danach gehen wir halt dazu über und richten auch die Kamera ein und damit starten wir jetzt. Die grundlegende Einführung oder Einrichtung von Unify Protect ist recht einfach. Nachdem wir uns mit Unify Protect verbunden haben, steht hier auch schon bzw. startet auch schon der Setup Assistent, den es leider nur in Englisch gibt. Ebenso die ganze Oberfläche ist zurzeit nur in Englisch verfügbar. Wir geben unserem NVR erstmal einen Namen, nennen ihn einfach hier Unify Civilian Station bei mir. Dann ist das Ganze für mich nämlich eindeutig und dann klicken wir hier einfach nochmal kurz auf Weiter. Haben wir das gemacht, müssen wir einen Account erstellen und auch dieses ist ja schnell gemacht. Das heißt, Benutzername und Kennwort reicht an der Stelle schon. Und danach ist der Schritt nämlich auch erledigt. Also Schritt drei von fünf müssen wir nur noch die Kamera hinzufügen. Wie beschrieben habe ich ja diese schon eingerichtet bei mir bzw. ja einfach mit dem Netzwerk verbunden, denn mehr habe ich ja auch noch nicht gemacht. Und schon können wir halt diese Kamera dann zu dem Unify Protect hinzufügen. Auch danach können wir einfacher sagen, okay, wollen wir denn Unify Protect auch von unterwegs aus zugänglich machen. Dazu gibt es nochmal ein extra Video. Das ist auch schon in Planung. Also entsprechend an dieser Stelle noch nicht so viele Informationen hierüber. Aber ich habe das Ganze soweit bestätigt. Logge mich dann nochmal bei Ubiquiti halt auf der Seite mit ein. Dort habe ich schon Benutzername und Kennwort. Und dann sind auch diese beiden halt verbunden. Das heißt, das Unify Protect, was bei dir zu Hause läuft und dein Login, die sind verbunden, sodass du auch von unterwegs aus darauf zugreifen kannst. Und ja, dann sind wir auch schon hier auf der Oberfläche vom Unify Protect. Und hier auf der Oberfläche, da möchte ich dir nochmal ganz kurz ein bisschen mehr die Einstellungen zeigen, was man hier für Möglichkeiten hat. Hier auf der ersten Seite, das heißt hier bei den Kameras, da kann ich halt die Einstellung ändern. Der Kamera oder auch eine neue Kamera hinzufügen. Ja, entsprechend hier gibt es jetzt keine gerade im Netzwerk. Darum findet der natürlich auch nichts. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke auf die Kamera selber, so habe ich hier halt erstmal alle möglichen Informationen über die Kamera. Also was für eine Kamera das ist. Hier steht es auch nochmal. Eine G3 Flex ist das. Was für eine Firmware Version, die hat, wie viel, ja, wie die angebunden ist, IP-Adresse und so weiter. All diese Informationen, die können wir hier schon mal sehen. Dann unter General kann man halt diese Informationen auch ändern. Das heißt, ich kann die Kamera, den Namen der Kamera halt mit anpassen. Kann halt sagen, ob vorne diese kleine LED an der Kamera selbst, ob die leuchten soll oder nicht. Und Overlay-Information mit anzeigen. Das heißt, dass mir halt im Kamerabild der Namen der Kamera angezeigt wird. Die aktuelle Uhrzeit, Logo, Bitrate. Diese Informationen kann ich hier nochmal mit darstellen lassen. Ebenso die Video-Qualität kann ich anpassen. Das heißt, wie viele Frames pro Sekunde, also wie viele Bilder pro Sekunde die Kamera mit streamen soll. Ich lasse es hier auf 15, reicht dicke. Und auch die Bitrate kann ich anpassen. Habe ich hier auf 3000 gestellt. Ein guter Wert, wie ich finde. Ist ein mittlerer Bereich. Und ja, das Bild ist ja halt auch sehr gut von der Kamera. Auch das kann man hier nochmal hochstellen bis auf 6000 Kilobyte pro Sekunde. Oder halt runter auf 800. Aber ich lasse es halt, wie gesagt, bei den 3000 an der Stelle. Verschiedene Zonen kann ich hier auch nochmal mit generieren oder einstellen. Und das finde ich schon interessant. Denn ich kann auch zum Beispiel private Zones einrichten. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und hier eine Motion Zone einrichten. Das heißt, wenn die Bewegungserkennung der Kamera aktiviert ist. Und das ist sie standardmäßig. Und dann halt das Unify Protector aufnimmt. So kann ich hier generell nochmal bestimmen, welche Zone denn aufgenommen wird. Und das Interessante daran ist, dass ich auch die Sensitivität einstellen kann. Nehmen wir einfach mal hier die Zone und löschen die einfach mal komplett raus. Das heißt, ich habe jetzt eine neue Zone und die möchte ich halt nochmal mit einrichten. So, auch diese nehme ich mit raus kurz und erstelle hier jetzt eine neue. Und diese Zone hier, die kann ich jetzt nochmal ganz explizit einrichten, so wie ich das haben möchte. Zum Beispiel hier der Bereich in der Treppe. Den möchte ich nochmal ganz genau beobachten und auch bewachen. Das heißt, ich kann jetzt hier entsprechend mein Quadrat hier reinsetzen. Dieses hier ist von der anderen Zone. Darum wird das da nochmal ein bisschen mehr dargestellt. Und diesen Bereich hier, da ich den jetzt nochmal ganz besonders beobachten möchte, kann ich jetzt hier die Sensitivität nochmal hochstellen. Und ich stelle die jetzt mal zum Beispiel auf 100. Kann auch neben nochmal einen Namen geben. Auch das mache ich jetzt hier an der Stelle und speichere das. Und ich habe jetzt diesen Bereich hier noch mehr überwacht. Das heißt, wenn da irgendeine Kleinigkeit passiert, dann wird definitiv auch aufgenommen. Und so kannst du zum Beispiel, wenn die Kamera draußen hängt, da ist es sicherlich noch interessanter, auch die Sensitivität einstellen. Zum Beispiel, du hast irgendwie in deinem Bild einen Busch zum Beispiel, der sich im Wind halt ein bisschen bewegt. So kannst du sagen, ich nehme den komplett raus oder stelle einfach für diesen Bereich die Sensitivität runter. Andere Bereiche, wie zum Beispiel eine Eingangstür oder Fenster oder ähnliches, die kannst du dann nochmal höher absichern. Und das finde ich halt toll, dass es überhaupt so eine Möglichkeit hier gibt in der Software, um sowas dann nochmal mit einzustellen. Ich resette das hier nochmal ganz kurz, so wie ich es vorher hatte. Also ich nehme halt ganz normal den kompletten Bereich hier mit auf und kann das hier nochmal dann speichern. Aber auch einen privaten Bereich kann ich jetzt setzen. Ist natürlich jetzt in meinem Beispiel hier nicht so ideal, weil wir einfach einen Innenraum haben. Aber stell dir mal vor, du hast irgendwie nochmal eine Straße oder einen Gehweg. Und dann kannst du diesen Bereich einfach komplett rausnehmen, dass der halt nicht mitgefilmt wird. Auch das könnte ich jetzt hier zum Beispiel machen, indem ich einfach hier die Tür filme oder rausnehme und diesen Bereich einfach nicht filme, wenn hier irgendwie was davor passiert. Ebenso kann man das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer eingrenzen. Ja, man kann hier zum Beispiel auch nochmal so einen Punkt dazwischen setzen und auch hier nochmal, sodass du dann Dinge komplett auch sehr genau mit einkreisen kannst. Auch das funktioniert hier ohne weiteres. Unter Manage hast du dann nochmal weitere Informationen oder Konfigurationsmöglichkeiten. Du kannst zum Beispiel die Kamera neu starten. Du kannst sie hier komplett entfernen aus dem Unify Protect und du kannst den RTSP-Stream aktivieren. Dazu kommen wir aber später nochmal im Video. Ebenso hast du die Möglichkeit, das Mikro einfach komplett zu deaktivieren. Auch das könntest du jetzt für diese Kamera hier nochmal einstellen. Weiter geht es dann einfach mal mit dem Live View. Im Live View kannst du dann nämlich verschiedene Views auch erstellen, so wie du das haben möchtest. Ich habe jetzt hier in diesem Beispiel schon mal zwei Stück erstellt. Einmal, indem ich hier das volle Video oder den vollen Bildschirm sehen kann. Oder halt auch ein Custom View, wo wir halt verschiedene Kameras mit einbinden können. Das Ganze können wir auch ohne weiteres hier konfigurieren. Ich klicke hier oben mal auf Add View und dann habe ich hier schon mal verschiedene Möglichkeiten der Vorauswahl, wie das Ganze dann aussehen kann. Zum Beispiel, wenn wir sechs Kameras hier haben, dann können wir hier auf Next klicken und haben hier schon mal unsere Übersicht, so wie unsere Live View dann aussehen kann. Hier an der Seite hätten wir dann natürlich auch noch mal mehrere Kameras. Ich habe jetzt im Moment nur noch eine eingestellt. Ziehe mir diese einfach rein, da wo ich die haben möchte und schon habe ich hier mein View erstellt. Änder hier nochmal den Namen kurz. Im Moment steht hier nämlich Custom View noch. Speichere das Ganze und schon habe ich hier ein neues View erstellt, also eine neue Ansicht von deinen Kameras, um halt dann dieses Live Bild sich anschauen zu können. Hier bei den Events können wir dann nochmal sehen, wenn irgendwas wirklich auch vor der Kamera passiert ist. Ja, auch hier hat das Unify Protect schon recht viel aufgenommen und dann können wir uns nicht nur dieses anschauen, sondern wir können auch halt dieses halt runterladen dann, um uns ja irgendwie als MP4 Datei, um das zum Beispiel weiter zu schicken oder um es irgendwie nochmal zu speichern und zu archivieren oder ähnliches. Diese Möglichkeiten haben wir ja auch nochmal. Auch den Bereich, der, ja wann was passiert ist, können wir hier nochmal eingrenzen und das Ganze zum Beispiel zurück zu Juli halt setzen und können dann halt auch immer sehen, wenn wirklich was hier passiert ist vor der Kamera und jetzt können wir dann zum Beispiel auch sehen, wenn ich da halt reinlatsche und irgendwie mir das Ganze nochmal mit anschaue. Auch diese Möglichkeiten haben wir hier, denn da stelle ich zum Beispiel die Kamera nochmal ein, um halt das Bild auch ein bisschen anpassen zu können. Ja, also auch solche Möglichkeiten hast du hier, das Ganze dir nochmal anschauen zu können, was überhaupt dann wann irgendwie da passiert ist. Auch eine Timelapse-Funktion gibt es, die finde ich ganz interessant, das heißt du kannst hier nämlich auch nochmal zurückspringen und das als Timelapse dir anschauen lassen. Dort sieht man es dann auch nochmal ganz kurz, wenn da wirklich was vor der Kamera auch passiert ist. Das wird als Timelapse dargestellt, sodass man dann zum Beispiel relativ schnell nochmal einen Überblick hat, ja einfach was dort vor der Kamera passiert ist, um halt dann zu gucken, okay, was ist da gewesen und jetzt gucke ich da nochmal genauer nach. Also diese Möglichkeiten haben wir hier ebenfalls nochmal. Interessant natürlich auch für Außenkameras, wenn zum Beispiel irgendwie über eine längere Zeit irgendwie was passiert, dann kann man da auch nochmal ganz genau schauen, was dort überhaupt gewesen ist. Unter Users kann ich dann nochmal verschiedene Benutzer erstellen. Wenn zum Beispiel irgendjemand auf eine ganz bestimmte Kamera zugreifen soll, dann kann ich das hier auch nochmal mit eingrenzen, um halt dort verschiedene Benutzer anzulegen. Klicke zum Beispiel auf Invite User, kann dann hier nochmal die Rolle setzen, um halt auch dort Berechtigungen einzustellen. Diese kann ich hier nämlich definieren und das Ganze dann nochmal weiter konfigurieren an der Stelle. In den Settings selber hast du gar nicht mehr dann so viele Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst dir einfach mal Firmware-Version und so weiter hier mit anschauen, das Passwort zurücksetzen und ähnliches. Du kannst hier den Cloud-Access oder Remote-Access da nochmal deaktivieren. Du kannst hier nochmal weitere Informationen zum Host, also zum Gerät selber rausbekommen, welche IP-Adresse zum Beispiel ist und welche MAC-Adresse. Du kannst Updates hier automatisch installieren lassen oder nicht und kannst auch nochmal dir die Backups hier herunterladen, wenn du das möchtest. Oder einfach zurückspringen zu einer älteren Version. Dann den Account selber kannst du nochmal mit einstellen und halt zum Beispiel irgendwelche Activity-Alerts einstellen, um zum Beispiel, wenn irgendwie was hier passiert, dass du dann auch nochmal Bescheid bekommst. Und per Push-Nachricht oder per E-Mail, wenn irgendwie wirklich was passieren sollte vor der Kamera, lasse ich an der Stelle hier auch nochmal weg. Falls dich eins von diesen Themen nochmal genauer interessiert, dann schreib mir das doch gerne mal unten mit in die Kommentare. Aber das soll erstmal kurz die allgemeine Übersicht gewesen sein über das Unify Protect und den Einstellungsmöglichkeiten. Wie schon erwähnt, ist es ein recht einfaches System, wo du auf die Kameras drauf zugreifen kannst. Und sollte da irgendwie was gefehlt haben, irgendwo ich nochmal mehr ins Detail gehen sollen, denn ich habe noch weitere Kameras, die ich auch vorstellen möchte. Dann schreib mir das doch gerne mal mit in die Kommentare und dann gehe ich im nächsten Video auf diese Punkte nochmal ein. Die Einrichtung der Kamera über das Unify Protect war jetzt sehr simpel. Aber, wie du vielleicht weißt, nutze ich ja die Surveillance Station für Synology. Und auch da haben wir eine Möglichkeit, diese Kamera mit einzurichten. Wie das jetzt funktioniert im Detail, das möchte ich dir jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Um die Kamera mit der Synology zu verbinden, müssen wir als erstes in die Einstellung von Unify Protect, denn wir müssen in der Kamera selbst was einstellen. Darum bin ich jetzt hier in der Übersicht der Kameras, die halt mit Unify Protect schon verbunden sind, markiere diese einmal, sodass rechts dieses Optionsmenü aufgeht und klicke dort auf Manage. Bin ich dort drauf, kann ich dann den sogenannten RTSP-Stream aktivieren, den wir dann mit der Synology Disk Station abgreifen. Ich habe den jetzt hier aktiviert für die verschiedenen Auflösungen und kopiere mir das einfach mal kurz für Medium mit in den Zwischenspeicher. Dann wiederum springe ich rüber zur Surveillance Station von Synology. Und in der Surveillance Station kann ich dann nämlich eine neue Kamera hinzufügen. Ich bin hier schon im Optionsmenü, sage dann einmal das komplette Setup, weil ich alles mögliche einstellen möchte und gebe den Namen ein für die Kamera. Bei mir ist der Gartenhaus oder das Gartenhaus. Benötige dann erstmal die IP-Adresse, die ich mir dann wiederum aus dem Unify Protect rauskopiere und hier einfach einfüge. Bei der Marke, da sage ich nicht ONVIF, sondern hier Benutzer definiert und habe dann die Möglichkeit, den RTSP-Stream hier anzugeben. Den wiederum haben wir ja gerade eben aktiviert und nehmen wir dann jetzt hier einfach das Medium bei der Auflösung. Ich muss auch nicht alle Streams aktivieren, einer würde sogar schon reichen an der Stelle. Teste kurz die Verbindung und dann sieht man auch schon, dass dies sogar schon geklappt hat an der Stelle und kann hier einfach auf Weiter klicken. Da wir ja die erweiterten oder das komplette Setup machen, können wir hier nochmal die Stream-Profile einstellen und auch sagen, wie viel vor und nach der Bewegung irgendwie mit aufgezeichnet werden soll. Und sagen auch nochmal, wann überhaupt die Bewegungserkennung hier aktiviert sein soll. Sind all diese Schritte jetzt erledigt, dann wiederum ist die Kamera schon eingerichtet in der Synology Diss Station. Du kannst halt auch, wie in meinem anderen Video schon gezeigt, von unterwegs zum Beispiel aus darauf zugreifen, um zu gucken, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Das war jetzt erstmal das kurze Video hier zu Unify Protect, beziehungsweise hier zu der kleinen Kamera. Aber, ja, vielleicht fragst du dich jetzt auch genauso, wie Zuschauer sich schon gefragt haben, denn ich habe da die ein oder andere E-Mail zu bekommen. Vielleicht fragst du dich auch, okay, aber was soll ich jetzt denn nutzen? Eher das Unify Protect oder die Civilian Station von Synology. Und das, finde ich, kommt immer so ein bisschen darauf an, also eine pauschale Antwort zu geben, finde ich sehr schwierig. Zum einen kommt es darauf an, ob du schon einst die beiden Geräte hast. Hast du schon halt hier den Cloud Key Generation 2 Plus und keine Diss Station, dann würde ich halt eher zu dem System greifen, weil warum etwas Neues extra kaufen, obwohl man die Funktionalität hier schon zu Hause halt hat. Hast du eine Synology, dann muss ich sagen, gewinnt in meinen Augen ganz klar erstmal die Synology Disk Station. Denn die Civilian Station, die man auf der Disk Station installieren kann, die kann halt um einiges mehr. Nicht nur, dass du halt mehr Kameras dort installieren kannst, auch verschiedener Hersteller, sondern du kannst halt viel mehr einstellen. Du kannst halt einstellen, wie viel vor der Bewegung und nach der Bewegung aufgenommen werden soll. Du kannst I.O.-Geräte anschließen über eine extra Hardware natürlich auch, um zum Beispiel auch eine Signalleuchte dran anzuschließen oder eine Alarmanlage. Sowas ist auch mit der Disk Station möglich. Du kannst, ja, also bis ich das jetzt alles aufgezählt habe, ist das Video halt dreimal so lange, darum lasse ich es an dieser Stelle. Der Funktionsumfang auf jeden Fall, der ist bei der Disk Station erheblich höher. Wenn dich das mal interessiert und du da vielleicht so einen kleinen Vergleich sehen möchtest, dann zeig mir das doch einfach mal mit einem Daumen hoch, beziehungsweise schreib mir das mit unten in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich halt an dieser Stelle fürs Zuschauen. Solltest du noch irgendwie eine Frage haben oder so, dann melde dich doch einfach bei mir. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann kann ich da entsprechend darauf eingehen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen. Die Links zu den Produkten, die sind wie immer unten in der Artikelbeschreibung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, nächstes Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017